ARD Text im Auftrag von Funk Ich lauf mal zu dir. Ich bin ja kurz und dann nicht weit weg. Du bist ein Nichts! Ein Nichts! ARD Text im Auftrag von Funk Oh, Granat! Woah! Woah! Ah! 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 Oh! 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 Verflucht! Ah! Oh! Ah! 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 Ja! Ah! Oh! Franksteig! Franksteig! Das ist ja Wahnsinn! Da oben ist eine superfrette Mega-Tiefen! Da ist eine Schrotflinte dabei, die Feuer schießt! Gottverdammtes Feuer! Ich hab mein Essen und meine Freundinnen damit gegrillt! Markus ist ein Gott! Ich und die Jungs haben eine Idee! Eine super Idee! Wir bauen hier einen Schrein! Einen großen Schrein! Schönen Schrein! Und er versorgt uns weiter mit Waffen! Mehr Waffen! Mehr Waffen! MEHR Waffen! Also ich brauche ein neues Schafflüttchen gewährt. Ich habe es ja... Ja... Es ist halt... Ja... Feuerschutz! Hör dich! Noch ein Skalp! Hör dich! Ha! Ha! Hör dich schon! Hör dich schon! Miriam! Ja, ich geh schon wirklich! Rufst lauter Jungs! Markus kann uns nicht hören! Waffen! 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 Hör dich schon! Hör dich schon! Dahinter! Dahinter ist sowas beschen! Aber egal! Brauchten der Raketenwerfer haben wir von euch ausgelöst, wir werden ihnen sichert. Ah! Oh, die Gegner, oder? Mit einer gesuchten Imitation! Putscher! Du schickst meine Hände! Deinen Hals! Wahnsinn! Gesamt wird in Stellung gebracht! Du wirst mit einer Fresse voll Schrot! Du willst eine! Das können wir machen! Du willst mit einer Fresse voll Schrot dann! Was anderes passiert! Gerne installieren! Dieses Gehäuse bewegt sich wie ein Wal mit S-Störungen! Zerstöre es und hilf mir ein neues zu finden! Außerdem stirb! Außerdem stirb! Du kannst schroten! Fertig! Schroten! Für mich auf die Schroten! Für mich ist die Schroten! Auf jeden Fall! Ich bin mit einem Schroten! Armin! Tut mir leid, dass ich dich töten wollte! Mach dir Gewohnheit! Ich brauche immer noch einen neuen Körper! Bauer mich bitte in den kaputten Ohr um oder bei diesen Koordinaten allen! Ich werde auch nicht mehr versuchen, dich zu töten! Naja, wollen wir ja an das klauen! Ich brauche einen Computer mit! Ich sollte jetzt wissen, ich bin ja die Techniker! Ui! Wer schießt dafür? Ja, der... Bin tot auf jeden Fall! Ähm... Danke! Ich kümmer mich mit dem Ventil dahinten! Lebt dieses... Du musst auf jeden Fall deine Macht wieder einsetzen, weil meine Energie... Jaja... Schnauze! Du musst auf jeden Fall weg! Du musst auf jeden Fall weg! Keine Haute! Das ist wichtig! Ich hab keine Munition für diesen Scheißteil. Na gut. So. Danke. Ich werde jetzt versuchen, dich zu töten. Der Pilz ruft. Mir gehts nicht gut. Ich so schlecht schaue es. Was in der Kopf hast du nicht информ chicken ab? Das war's besser. Schon jetzt los! Du, du kannst doch hier nicht verraten. Ich würde es einfach fragen. Ich werde dich raus Dallas da nicht mehr. Ich werde dich nicht verraten. 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 Ich bin der Kopf. Oh! Bleib wo du bist. Das ist ungewöhnlich, der versucht dich zu töten hat mir kein Vermögen bereitet. Ich habe meine Morddust verloren, ich sehne mich nach Frieden. Da fliegt einer oben. Da kommt gleich wieder hinter dir, oben. Was will er? Zuerst versucht er uns zweimal zum umbringen und dann soll ich ihn nach Sanctuary bringen. Weil er Frieden will, dieses Kanellienteil. Also gehen wir nach Sanctuary zurück jetzt. Ja. 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 Ich habe genug von dir. Nichts gemacht! Ich bin da. Ich kann dir gar nicht genug dann. Das war nicht so schwierig. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Ich bin da hinten nahe oder was? Ja, ja. Oh nein, Hilfe! Ruhe! Oh nein, Hilfe! Ist da jetzt Ruhe? Ich mach dich zu hackweisch! Und jetzt wird das lustig! Schnauze! Stimmt. Ja. Cool! Ah! Ah! Bist du klar, ne? Ja. Ja, muss ich sagen, ich bin Medizin. Ja. Ja! 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 Ich geh von mir. Munition ist alle! Wir wollen auch weglaufen! Hab schon, kleiner! Äh, ich brauche sowas wie Munition. Keine Bewegung. Ich probiere auch, wenn ich den Schuss beschlossen will. Stirb schon, endlich! Hahahaha! Kein Problem. Kein Problem! Ja, so. Ja. Kann ich beruhigen? Ja. Sehr, sehr, sehr. Ah! Wie ist der? Woher oder unten? Da ist er. Ah! 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 Okay... Wie wollt mir die Tagesnachricht lassen? Ah! Aarmen! Ach! Ähm! Das ist eine Krühe, das tut dir. Ruhe! Oh nein! Das wird ein heiter Sparf, Schotty! Das rückst du alles nicht, Zölzer! Schnappt sie! Oregon in Stellung gebracht! Der Kanzler, Oregon, muss mal einfach fahren! Das ist die... Ich hab seine Zeit, Schiff! Dann kriegst du einen Headshot von mir. Werfe Granate! Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du an Bord. Haben wir's. Was hast du da schon wieder anstreckt? Ja, ich hab das nicht in die Luft gehalten. Ich kann das auch. Die kann mir aber selber in Flammen stecken. Das beherrscht ja nicht. Was kannst du? So war ein Griff, Jungs! Oh, hieß er nicht? Du hast ja nichts! Stimmt! Du hast ja nicht in die Luft gehalten. Hier geht's doch hin! Ha, ha! 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 Dein Körper! Malens! Jetzt kommt man zwar von ول elimin. Okay, hör auf! Stille! Was ist das für eine Scheiße? Scheiße! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? 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 Interessant. Ich spüre die Wärme des Lautsprechers. Den Takt. Den Rhythmus. Es fühlt sich schon an. Stirb! 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 Doh. Wir lassen sich erst mal nochmal ab. Die Scheiße, Spass. Und wo wollen wir hin? Ich habe gesagt, wir geben jetzt einmal die Splittergruppe zurück. Schade, dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie wären nützliche Alliierte gewesen.